Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, ja, ihr seht, oder besser gesagt Vlog, ihr seht, ich bin im Wald, es regnet, und Renatex ist auch noch dabei, obwohl ich gesagt habe, ich mache keine Videos mit ihm, ich habe es noch anders erlebt, ich weiß noch nicht, ob ich mehrere Videos mit ihm mache, aber ja, wir suchen jetzt für sein Video, weil er macht auch ein Video, ich verlinke es euch mit schweren Herzen unten in der Videobeschreibung, und ja, klickt da gerne drauf, abonniert ihn, schaut das Video, ist auch ein Waldvideo, und ja, wir suchen gerade für ihn einen Platz, und ja, ich gebe ab und zu mal mit, hinter den Kulissen sozusagen, und ja, wir sehen uns dann, wieder, wenn ich wieder filme, also bis gleich. Also ich bin jetzt bei meinem alten, also bei meinem Lager hier, und wen habe ich dabei? Den Sack, da hinten läuft er, und macht irgendwas, aber ja, ich habe mich jetzt entschieden, ich bin, dass er in der Nähe irgendwo sein Lager baut, ich hier, manchmal nimmt er mich mit zu seinem, also er nimmt mich wahrscheinlich öfters mit zu seinem Lager dann, als ich ihm zu meinen, aber ja, ja, ich filme dann wieder, wenn er filmt, wahrscheinlich, und du ein bisschen so, irgendeine Scheiße machen, also bis gleich. Ich schneide ein paar Ästchen weg, die mich richtig stören, und ja, wir sehen uns wieder, wenn ich fertig bin, und ja, ja, weil die Äste, die stören mich, weil ich mich da immer anruhe, und ja, sonst würde ich ja keine Äste wegschneiden, also bin ich klar. Leute, wir arbeiten jetzt schon ein bisschen, Randy hat ein paar Szenen für sein Video gedreht, ich habe vergessen aufzunehmen, aber, ja, ja, wir sammeln noch ein bisschen Holz, und ich melde mich wahrscheinlich dann wieder, wenn wir beim Holz sammeln sind, oder nachher Holz sammeln, weil jetzt gehen wir noch nicht Holz sammeln, erst ein bisschen später, wenn wir noch was erledigen müssen, aber, ja, und ja, falls ihr neu auf dem Kanal seid, abonnieren, nicht vergessen, Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst, und wenn euch das Video gefällt, liken, würde mich positiv unterstützen, aber wenn ihr ein Dislike gibt, dann bitte auch in die Kommentare schreiben, wieso, weil, wenn man jetzt zum Beispiel das Video jetzt nicht, nicht mal anschaut, trotzdem ein Dislike gibt, weil jemand mich nicht mag, dann kann auch gleich das kein Dislike geben, weil, ja, und falls ihr Tipps für mich habt, was wir halt noch so in den Vlogs machen können, weil das ist erst der dritte Vlog, aber, ja, weil, zum Beispiel beim 10. Vlog oder sowas, habe ich jetzt auch nicht mehr die Ideen dafür, weil ich halt schon viele Videos mache, weil Vlogs ist mein Nebenprojekt, eigentlich das Hauptprojekt, aber ich habe ja auch das Waldlager und so, und es ist ja auch langweilig, wenn ich euch immer mit zum Waldlager nehme, wenn ich dann auch noch ein extra Waldlager-Video mache, also deswegen schreibt gerne auch Tipps und Tricks in die Kommentare, würde mich freuen, und ich lese auch alle Kommentare durch, ich lese euch auch jetzt ein, wenn ich auf Instagram heiße, dann könnt ihr mir Fragen stellen, oder mit mir schreiben, E-Mail-Adresse wird jetzt auch eingeblendet, da könnt ihr mir auch schreiben, und, ja, mich würde halt freuen, wenn ihr mir schreibt, und halt Fragen stellt, oder, Tipps schreibt, oder, was ich halt so machen kann, was euch gefällt, weil, bei Fragen, wenn es genug Fragen gibt, mache ich wahrscheinlich auch ein extra Q&A, und du alle Fragen beantworten, die ihr mal schreibt. So Leute, das war's mit dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, und, ja, schaut gerne bei Randy.trx vorbei, Kanal wird gleich eingeblendet, und, ja, jetzt werden nochmal beide Instagram-Namen von uns beiden hier, stehen, und folgt uns gerne auf Instagram, und mir auch gerne auf Twitch, ich mache ein, eigener, habe eigenen Twitch-Kanal, das streame ich auch, oft, Randy.trx macht wahrscheinlich auch einen Stream-Kanal, und, ja, bis dann, bleibt schau, und, ciao, ciao, und, bis dann. Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020